Willkommen zum Seminar der Trainer als Coach und Mediator in Konfliktsituationen. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Das Arbeiten in Gruppen unterliegt gruppendynamischen Prozessen, in deren Verlauf es häufig zu Konfliktsituationen kommt. Der Trainer kommt dann oft in die Rolle, deeskalierend zu wirken. Know-how aus dem Bereich Coaching und Mediation eignet sich hervorragend als ergänzende Kompetenz für die Wissensvermittlung. In unserem Seminar erwerben Sie Kenntnisse zur Konfliktentstehung, Konfliktdiagnose und zur Konfliktlösung in Gruppen. Damit eignen Sie sich Fähigkeiten im Umgang mit schwierigen Gruppen und einzelnen Teilnehmern an. Lernen Sie, Ihre Rolle als Trainer selbst in Konfliktsituationen optimal wahrzunehmen. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Greymoor und Cool-Face 5 Jahre 1. Letzige Musik 1. ок. 2. 4. 5. 5. 6. 7. 5. 6. www.ifm-business.de